Eins, zwei, Test. Naja, das Laden dauert jetzt viel länger. Schauen. Naja, die Steuerung geht momentan noch. Zumindest läufts. Und ich bin jetzt mal auf die Quali gespannt. Also die Qualität jetzt in diesem Video ist eigentlich voll hoch gedreht. Bei voller Bildrate und 10 MB pro Sekunde. Also eigentlich recht heftig. Dann machen sogar schon manche Laptops Probleme. Das ist mir irgendwie nur ganz so präzise wieder vor. Ja? 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 Auf geht's. Vielen Dank. Das war's. Das war's.